Steht Britney Spears ihrem kranken Vater Jamie zur Seite? Nach ihrem Vormundschaftsstreit ist die Beziehung zwischen beiden schwer belastet. Jamie kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Zuletzt wurde ihm ein Bein amputiert. Britney zeigt gemischte Gefühle, sie ist traurig, aber kann nicht vergessen, wie er ihr Leben zerstört hat. Ihre Söhne Sean Preston und Jaden halten Kontakt zu ihrem Großvater, was Britney zusätzlich schmerzt. Ein Insider berichtet, dass es für sie ein Tritt in den Hintern ist, dass ihr Vater ihren Söhnen wichtiger scheint als sie selbst. Der Streit mit ihrem Vater sorgte bereits 2019 für Schlagzeilen, als er eine Tür eintrat, um Sean Preston zu erreichen. Britneys Ex-Mann Kevin Federlein lebt heute mit den Söhnen auf Hawaii und sie wollen keinen weiteren Kontakt zu ihrer Mutter. Kevin erzählt, dass Britneys skurriles Verhalten und ihre Social-Media-Aktivitäten die Jungen entfremden. Auch zu ihrer Mutter Lynn und Schwester Jamie Lynn hat Britney seit dem Ende der Vormundschaft keinen guten Draht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.